So, so, so YouTube, hallo, hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Wir sind wieder dabei, wir wollen rumreisen in der Welt, wir machen drei Ründchen, ähm, lassen uns so endlich viel Zeit, wie wir möchten, und ich würd sagen, wir werden irgendwo abgesetzt in der Welt und finden heraus, wo wir sind. Seid dabei, kommt mit auf die Reise. Und wir starten mit Runde 1. Rainer. Ach du Scheiße, schon wieder. Nein. Wir sind in Grönland. Nein. Oh, Grönland. Oh. Und dann noch in einer nicht so sauberen Ecke. Oh Mann. Also, kann auch noch hier Dings sein, nicht? Aber es sieht schon nach Grönland aus. Also, Island würd ich jetzt nicht vermuten. Und, oh no. Okay, wenn wir an einem der Häuser stehen, oft die Namen der Städte. Da müssen wir nur die Städte suchen. Das haben wir beim letzten Mal auch geschafft. Hat ein bisschen gedauert. Ähm, kommt halt auf die Hinweisdichte drauf an. Und wie schnell wir die kriegen und wie weit wir fahren können. Manchmal sind das echt nur so Popelschilder. Dänemark wahrscheinlich, weil Grönland zu Dänemark zählt. Oder zumindest zählte in Teilen. Wir haben sogar einen Friedhof hier. Okay. Schlitten. Beim letzten Mal stand es an einem Container, wo wir sind. Das war hart. Ship. 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 Naja, wir kriegen es raus. Wir haben es bisher fast immer rausbekommen. Nur wenn, wenn man ewig fahren muss ohne Hinweise. Oder nicht mehr weiterfahren kann. Dann ist schlecht. Das könnte hier durchaus passieren, wenn wir fahren ohne Hinweise zu kriegen. Ist das eine Goldwäscheanlage? Was wurde denn hier angeliefert? Die wollen ja richtig abkassieren, oder? Das ist doch definitiv hier Gold schürfen oder irgendwas anderes. Ja, 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 ja. Naja, die Grönländer, nicht wahr? Gleich mal wieder nach Gold suchen. Okay, ich dachte, ich kann vielleicht lesen, was hier dran steht. Hier. Kangasuya-Tia-Sag. Ja, aber von, heißt es von oder nach? Ich meine, was besseres werden wir nicht kriegen. Ich brauche gar nicht weiterfahren, nicht? Wir stehen vorne an der Küste an Kangaraka-Ru-Ri-Sag. Es steht Grönland drauf. War jetzt auch schon klar. Opa-Nah-Weg. So, ich weiß nicht, wo Opa-Nah-Weg ist, aber ich würde sagen, Opa. So, könnte eine Insel sein. Und dann in Kangasuta-Sag, Nuko-Sofur-Fid. Lieferingsadress. Jetzt ist die Frage, was ist Firma, was ist Straße, was ist Ort? Ich würde sagen, 162 Kangasuta-Sag ist die Straße in 3962 Opa-Nah-Weg. Okay, dann suchen wir Opa-Nah-Weg. Okusikak. Opa-Nah-Weg haben wir. Oh, okay. Und hier sind keine Straßen eingezeichnet. Aber das ist auch sondere Opa-Nah-Weg. Oh, shit. Ja, wenn keine Straßen eingezeichnet sind, dann haben wir gar keine Chance in dem Ort. Oh, shit. Ich kann mal gucken, ob wir irgendwie was sehen. Eigentlich sieht das aus wie ein geschlossenes Ding hier, in dem wir sind. Und nach Südosten. Das heißt, ich würde uns hier oder hier eher erwarten. Weil ich kann ja nicht nach... Wir müssten ja, wenn wir hier wären, nach Südwesten. Da. Müssen wir ja mehr haben. Das heißt, wir sind hier vielleicht irgendwie und gucken hier hin. Das könnte sein. Das heißt, wir stehen vielleicht jetzt hier gerade und können gar nicht hier rüber gucken. Sehen wir hier die Höhe? Hier, die Höhe. Das dürfte das Ding sein. Tja. Beim letzten Mal war Wings in der Straße eingezeichnet. Problem ist, vielleicht soll es nur da hingeliefert werden. Und da unten steht von. Vielleicht wird es erst eingeliefert. Wir können ja mal gucken, ob es ein anderes Upanavik... Da gibt es noch einen Upanavik. Okay, das ist Sonder-Upanavik und das ist Upanavik. Da sind auch Straßen. Und das könnte das sein, was wir sehen. Hier ist gar keine Höhe drin. Passt auch nicht wirklich, nicht? Wir haben ja hier Höhen drin. Gibt es denn hier die Kangasuri-Sap? Nee. Gibt es nämlich auch nicht. Und nochmal. Wir gucken Richtung Süd... Äh, Osten, Norden, Osten, Südosten. Also auf der Seite gucken wir hier rein. Okay, könnte sein. Dann wären wir gerade vielleicht hier oder so. Da ist die Kirche, an der starten wir. Das könnte der Friedhof sein. Okay, wir gehen nochmal zurück zum Start. Also wir sind von da drüben nur rumgefahren. Das heißt... Das ist ein Boot, oder? Wir haben hier so eine... Ich glaube, wir sind hier rumgefahren. Wir waren eben hier und jetzt sind wir hier. Aber so weit sind wir gar nicht gefahren, nicht? Und... Ne, wir sind nur gerade ausgefahren nach Süden. Und dann... Die Straße hier. Nach Osten. Ja, wir sind nach Süden gefahren. Das heißt, wir müssten, wenn hier oben irgendwo sein... Das macht keinen Sinn. Polarbeer Sightseeing. Ah, klasse. Klasse. Okay, gibt's noch einen Upanavik? Zwei haben wir ja schon. Nasa-Wil-Sig? Oh... Aber ich würde sagen, das fasst die Lieferadresse nicht, dass es nach Upanavik geht. Und nicht von da kommt. Aber die... Oder es wurde da losgeschickt. Ja. Aber wir wissen die Zieladresse nicht. Und das sind dann wir. Ah. Weil... Okay, macht Sinn, nicht? In Upanavik ist der Flughafen. Das heißt, die Kiste wurde in den Flughafen gebracht und ist dann mit Boot hierher geschifft worden an diese anlandende Stelle. Und von dort holt er das Einzelne mit dem Auto ab. So. Das Problem ist, die Lieferadresse sehen wir. Die Anschrift nur das BO. Das könnte aber... Mh, mh, mh... K... Da vielleicht... Booking-Number, Kasse. Nee, okay. Das heißt, das sind wirklich die Informationen, die wir hier kriegen werden. Eventuell ist auch Nuki-Zero-Fi-It die Siedlung. Die müsste ja dann in der Nähe vom... Upanavik liegen und wird mit Boot angesteuert. Und hier würde ich doch was anderes ansteuern als Upanavik. Hier ist Kandaisu-Uk. Ich mein, das Kandaisu-Uk, was wir letztes Mal hatten, war irgendwo hier hinten drin. Äh... Wo waren das? Das war die einzige größere Stadt, die ein bisschen weiter drin lag. Hier... Kanga-lu-su-u-uk. Ah ne, das war Ksu-u-u-ak, nicht Si-ak. Kanga-su-a-i-i-k. Kanga-su-a. Kanga-su-a. Kanga-lu-k. Kanga-su-a-i-k. Da sind wir. Sind wir gerade hier? Oder so? Wir sind nach Süden gefahren, aber nur. Das kann ja auch nicht sein, obwohl, nee. Aber sind wir jetzt hier vielleicht? Nochmal gucken. Kanga-su-u-at-si-ak. Und es gibt Straßen. Das Problem ist, die Ausrichtung passt nicht. Was sagt ihr? Lebt ihr? Seid ihr da? Ich sehe auf jeden Fall drei starke Like-Ich-Bewertungen. Like-Ich? Mag ich Bewertung? Like-Bewertung? Aber heute ist auch wieder Arbeit vorbei, nicht wahr? Die erste Runde entspannt ins Z-Z-Z-Zocken-Ende. Da kann nochmal ein bisschen was im Gehirn hängen bleiben. Okay, wir sind aber auf jeden Fall wirklich auf einer kleinen Insel. Aber die hier ist eigentlich westlich ausgerichtet, nicht? Alles fließt nach Westen. Das heißt, unsere Straßen könnten eventuell gar nicht eingezeichnet sein. Oh, das sieht schon ein bisschen größer aus hier. Dann gucken wir mal. Zuko. Vielleicht steht an irgendeinem Haus was dran. Ich meine, vielleicht wurde es auch von Kanga-si-ik nach Nuku-Kunga-su-u-sik geliefert. Und dann hat er es von dort mit dem Boot nach Zuno geschafft. Oder Zuko geschafft. Das kann ja auch sein. Das ist so mit einem großen Transportschiff dann dahin und dann muss er es von da abholen oder so. Also, ähm, gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja so eine Plakette. Lustigerweise haben die oft öffentliche Toiletten, wo dran steht, wo man ist. Das ist sehr praktisch. Hat mir schon zweimal den Arsch gerettet. Aber da sind wir auch meistens vor der gestartet. Das ist nur in den zwei, drei größeren Ortschaften der Fall. Wobei das hier nicht so klein ist. Ach, schon ein bisschen verdreckt, nicht? Also, aber klar, wo soll man hier den Müll hinschaffen? Man muss den wahrscheinlich eineinhalb Jahre sammeln, bis mein Müllboot vorbeikommt. Und das einkärchert. Ähm. Sören. Sören war hier. Gut. Ich mein, ich bin gern abgelegen, aber das wär mir auch schon wieder zu kuschelig, nicht? Johann Christansen. Von 32 bis 17. 85 Jahre. Geburtstagsfeier. Wir sind alle eingeladen, denke ich. Also, auf nach Grönland. Aber Schlitten haben sie auch gestapelt ohne Ende. Hier, Gemeindehaus. Das könnte helfen. Und hier können wir nicht weiterfahren. Shit. Doch, können wir. Oh, das war nur ein Anzeigeding. Okay, ihr kriegt für 55.000 ein Akia. 56.000. Könnt ihr sicher runterhandeln. Und ein altes Boot für 6.500. Ein Sportjagd. Na, guckt an. Und Samsung Ultra HD TV. 65 Zeug. Alles, was das zum Leben braucht, hat man hier. Einfach direkt. Ein Auto, ein Boot und ein Fernseher. Ich wüsste nicht, was ich mehr haben will in so einer abgelegenen Gegend. Na, vielleicht Essen. Aber wie heißt denn der Ort jetzt hier? Post Greenland. Das ist Werbung, würde ich mal behaupten. Immer noch die Werbung. Hier vorne müsste es doch dran stehen. Wir sind in Pilar Susiok. Okay. Dann stimmt unsere Taktik. Also, das wurde von Opa Navig ins Flugzeug. Ihr Flugzeug kommt. An die Küste. Schiff. An die Poststation hier. Dort wird es hingestellt. Und dann muss der Gute aus Pilar Susiok hierher kommen. Und sich das irgendwie abholen. So. Jetzt ist die Frage. Wo ist Pilar Susiok? Oh Mann. Ich meine, das hat geholfen, um die Ecke einzugrenzen. Aber jetzt. Naja Art. Inanoid. Tauisaik. Naturamid. Island. Nasuazuk. Ich meine, das wäre ja auch wieder nach Norden. Wieso wird es denn erst nach Süden geliefert? Gut. Bei uns wird auch alles hin und her transportiert. Und man fragt sich, wieso machen die das? Manchmal starten Pakete einen Ort weiter von einem. Dann fliegen die irgendwo hin. Werden dort sortiert. Und kommen sie wieder zurück. Naja. Ich wundere mich heutzutage nicht, warum Sachen so teuer sind. Weil irgendwo nicht. Alles muss effizienter laufen. Ein Verteilungszentrum. Und dann werden Sachen so hin und her geflogen. Die ganzen Passivkosten. Glaube ich vergessen manche Firmen einfach. Dass die mit der Zeit so steigen. Dass es vielleicht besser gewesen wäre, das nicht einmal durch die ganze Welt zu transportieren. Kennt ihr diesen Plastikbecher? Den gibt es ganz oft als Meme. Da steht irgendwie drauf. Mango geerntet in Haiti. Gepackt in Indien. Und verkauft in USA. Irgendwie so. Total wild. Was die für eine Weltreise hinter sich haben. Da fragt man sich auch, wie frisch ist das Zeug überhaupt noch? Also, naja. Okay, Pillar, Susu, Iik. Also, wenn würde ich den ja hier in der Ecke verorten, nicht? Das ist ein Problem. Ich sehe nicht mal irgendwas mit P hier. An irgendeiner Stelle. Ich sehe halt Isarirasaak. Das hat aber keine, keine Straßen. Kangasaug. Nugasiak. Vielleicht hier hinten. Nee. Manchmal verstecken sie sich nämlich in den entlegensten Winkeln Ortschaften. Ich meine, das hier sind ja auch schon wieder, wie viel? Drei, vierhundert Kilometer entfernt? Kann es ja eigentlich auch nicht sein, oder? Hm. Aber es muss von da noch weitertransportiert werden. Ah, es wäre schon richtig weit. Aber gut, wenn die hier unten keine Flughäfen und Co. haben. Klar, dann muss es ja da oben erstmal hinkommen, vielleicht. Hm. Kennt ihr das, wenn eine Wimper sich im Auge fängt und die ganze Zeit piekt? Und ihr hofft so, die geht von alleine weg? Tut sie nicht. Oh, Pilar Susuik. Von euch macht da keiner zufällig Urlaub, oder? Im Pilar Susuik. Wäre mal ganz gut. Ach, und ich bin schon wieder auf Topchat und nicht auf Livechat. Mäh. Falls ihr was geschrieben habt, wurde es mir wahrscheinlich nicht angezeigt. Ich vergesse das jedes Mal. Ich muss das irgendwo automatisieren, dass der Chat in den richtigen Modus geht. Das ist eine ziemlich nervige Sache. Dass der in irgendeinem Modus ist, wo irgendwelche Nachrichten gefiltert werden. Lichtenau ist hier. Na okay, da kommt Lichtenauer her. Friedrichsthal. Ja, aber hier hinten, das macht doch gar keinen Sinn. Der fährt doch nicht einmal um Grönland rum, um irgendwas abzuholen. Also da ist er ja schneller in Island, als da oben, nicht? Und die andere bewohnte Gegend wäre hier. So. Ich glaube, hier oben gibt es auch noch so ein, zwei Orte, aber ganz, ganz kleine irgendwo hier. Das macht also auch keinen Sinn. Hier hinten drin ist nichts. Na, Zackenberg. Es hat so gut angefangen. Also wir müssen eigentlich hier oben irgendwo in der Ecke hängen. Wissen halt nur nicht, wo wir mehr Informationen herkriegen, wenn nicht von dem Gemeinschaftsgebäude. Ich meine, das Polarbären-Ding macht schon Sinn. Arctic Cat. Ich glaube, ich habe hier auch kaum Menschen bisher draußen gesehen. Die meisten sind eigentlich immer drin. Ist auch mal eine Trafo-Station. Da vorne könnte eine Karte sein. Kommen wir an die irgendwie ran? Ah, sieht verblichen aus. Ja, da steht nichts mehr. Shit. Aber hier sehr viele Boote. Hier ist noch ein Aushang. Und der ist rumgelaufen. Sehr interessant. Hilft uns jetzt nur nicht mehr. Dann kommen wir nicht weiter. Da war noch an dem Haus... Äh. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ihr könnt auch noch mal ein Quot kaufen. Und Schlittenhunde, glaube ich, habe ich hier gesehen. Aber... Hilft nicht, um herauszufinden, in welchem Ort wir hier rumhängen. Okay, ich kann da auch nicht nach unten weiter. Sowas wie Straßennamen und so. Ich meine, da stehen immerhin Hausnummern. Das ist schon mal was wert. Aber ich glaube, die sind halt noch weniger eingezeichnet als eh irgendwas anderes. Aber ich würde sagen, in die Richtung ist doch offenes Meer. Richtung Westen. Das macht auch Sinn, nicht? Richtung Westen, offenes Meer. Oh, das könnte... Könnte das hier das Gemeinschaftshaus sein? Es passt alles nicht. Außerdem wären wir dann irgendwo hier. Hier sind keine Straßen. Also, die Straßen müssten ja eingezeichnet sein von Google. Da ist sogar ein Supermarkt. Wow. Tusak. Nayat. Das liegt zu weit innen drin, nicht? Wie kommen die überhaupt da hin? Interessant. Hier ist nicht mehr ein Hafen oder sowas zu sehen. Ah, die Datenlage hier ist mäßig gut. Hm. Tja, ich würde sagen, das wird keine 18.000k-Runde. Wenn keiner von euch eine Idee hat, wo sich Pillar Suuuaik befindet, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber wir werden gleich irgendwelche Straßen im Nirgendwo haben oder einen Ort, der anders bezeichnet ist. Komm, ich sag jetzt hier, finish. Am Ende der Straße, ein Punkt. Okay. Das war niemals so eingezeichnet. Hier, die Straßen fehlen komplett, die Parallelstraße. Okay, das ist unsere. Die sind wir nach Süden gefahren. Das war, hier war der Hafen, wo die Kiste stand. Das war die Straße rüber. Die Straße im Rund fehlt nämlich. Okay, dann kannst du es auch nicht erkennen. Die gab es nicht. Und die gab es nicht. Ah. Was willst du machen? Hier ums Haus, das fehlt. Okay, also es war Kangara Suuua Siiik. Keine Ahnung, warum es Penga Suuua Siiik heißt. Ich bin aber zufrieden, dass wir nur einen Punkt liegen gelassen haben. Ich dachte, das ist nämlich so wie hier, dass wir eine Parallelstraße haben, die nicht eingezeichnet ist. Wäre ich mal dichter in die Straße gegangen, aber ich dachte auch, wir sind halt direkt am Wasser. Wir sind ja quasi im Wasser gestartet. Auf jeden Fall ein Punkt. Komm, weiter geht's. Auf in Runde 2. Jetzt holen wir es wieder raus. Und zwar in Afrika. Guckt mal an. Allianz Church. Englisch. Ich würde mal unten auf Swaziland Lesotho die Ecke gerade tippen. Was ist das für ein National Park? Diese National Park Schilder kenne ich eigentlich aus Lesotho. Da steht nichts mehr wirklich dran. Da ist noch ein Schild. Ach, das war die Church, ne? Landschaftlich auf jeden Fall interessant. Steht hier was drauf? Kehla. Kehla sagt mir was. Kehla. Kehla habe ich schon mal... ...in irgendeinem Zusammenhang gehört. Aber fragt mich nicht genau was. Ich muss sagen, Lesotho und Swaziland nicht. Immer für mich ein kleines Highlight. Weil die durchaus sehr... Ja, auch gute Infrastruktur haben. Das macht halt relativ viel Spaß, da rumzufahren. Und guck mal, man entdeckt auch immer was am Straßenland. Hier werden einfach... Ja, original afrikanische Skulpturen verkauft. Nicht diese Sachen, die man auf dem Weihnachtsmarkt kriegt. Aber auch gut präsentiert hier, ne? Jeder auf dem einzelnen Sockel. Tja. Geschäftssinn. Boah, hat aber auch echt viele. Richtig kleiner Pop-Up-Store so am Rand hier. Und Holz kriegt man auch noch. Na, mal gucken. Aber wenn euch jemand ein Foto von dieser Stelle zeigt, keiner würde auf Afrika tippen. Wenn er blinden Kontinent tippen müsste, würde keiner, wenn er dieses Bild sieht, oder diesen Ausschnitt, Afrika tippen. Vielleicht ein Prozent durch... Weil sie Südamerika mit Afrika verwechseln oder sowas. Aber... Ich muss sagen, ich habe auch erst gelernt durch Geotestik, dass Afrika sehr, sehr grüne Ecken hat, nicht? Klar erkennt man den Dschungel so. Dieses, was man so hört, Emberhele. Aber... Ich meine, guckt mal, die haben hier richtige Häuser. Also ist es auf jeden Fall nicht Senegal. Den können wir ausschließen. Botswana ist noch relativ gut gesegnet. Und drei mag ich Bewertungen. Da kriegen wir doch sicher heute wenigstens zehn zusammen. Bei Geotestik immer wichtig. Den einen oder anderen Like einzukassieren. Würde mich freuen. Und auch immer die Shorts abstecken. Ich habe viele Geotestik-Shorts von guten Momenten, die wir hier entdeckt haben. Wie von dem kleinen Laden eben. Hier kommt so... Die Ecke ist so bekannt vor. So vom Rumfahren her. Vom Feeling. Also es könnte noch Kenia eine Ecke sein. Aber... Die Straße passt mir da nicht. Aber gut, ich kenne auch nicht jede Ecke. Nicht? Linksverkehr auf jeden Fall. Auch eine Sache, die eher für Südafrika-Richtung unten spricht. Oder ehemalige englische Kolonien. Und der künstliche Wald ist eigentlich auch so eine Sache aus Lesotho und Co. Weil das hier ist alles kein natürlicher Wald. Das ist... Angepflanzt, nicht wahr? Ist viel zu regelmäßig. Aber hier die mit den Skulpturen am Rand? Das scheint ein Ding zu sein. In der Ecke. Vielleicht haben die gemeinschaftlichen Ofen irgendwo zusammen, wo jeder mal die Figuren brennen darf. Oder sowas. Um sie dann für den Verkauf zu haben. Ich glaube nicht, dass hier jeder dann einen Ofen hat. Hier endlich mal Schilder. Havane. P.O. Box. Mbambane. Mbambane ist nämlich hier. Lesotho. Äh, nee. Esfantini, nicht? Swaziland. Esfantini. Ähm. Ist ja... Heißt ja nicht mehr so. Warum es bei Google immer noch so heißt. Nicht? Man liest es dann vor. Okay, aber wir sind in der Region und die Region geht ja eigentlich bis hier runter. Obwohl ich hier neulich bei Lumbombo das hier zählte, genau das hier, Siteki. Das zählte auch irgendwie zu Mbambane. Ähm. Obwohl es auf der anderen Seite des Landes ist. Keine Ahnung. Japans Grand Aid. Ja, die haben hier richtig viel ähm, gebaut, nicht? Es gab, es gibt ne Straße in oh, wo sind wir denn da langgefahren? Ich glaub das war bei Nigeria oder so. Ähm. Da, da, die war immer wieder gleich. Die sah gleich aus. Da kam ein Zebrastreifen, dann kam rechts ne Schule, dann kam ein Zebrastreifen, dann kam das und das und bist du weitergefahren. Im nächsten Ort kam ein Zebrastreifen, kam die gleiche Schule, und ich so, bin ich in die falsche Richtung gefahren? Ich bin drei oder vier Mal durch drei oder vier Dörfer gefahren und ich wusste nicht mehr in welche Richtung ich gefahren bin und am Ende waren es wirklich alles separate Dörfer, die von äh, japanischen Geldern einfach eins zu eins gleich aufgezogen wurde. Das war so verrückt so, äh, aber wenn man so fährt und dann nicht alle Details im Kopf hat und dann denkt man so, warte mal, die Schule und diesen, das hatte ich doch gerade schon mal, das war schon ziemlich fies. Wir haben es da nicht gefunden. Havane, H100. Ich glaube, die sind nicht eingezeichnet, nicht? H100. Wer weiß auch, was das ist. Ich kann ja mal gucken, ob ich Havane sehe. Da meine Augen nicht die besten sind, wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass ich das relativ schnell erkenne. Oder ich gucke genau wieder so und dann ist es hier oder sowas. Deswegen, wenn der Chat das sieht, dann kann er nämlich vorgreifen und sagen, da oben rechts war es doch. Nur nicht googeln, das ist immer nicht so gern gesehen. Aber mit gucken ist erwünscht. Weil ich finde es wirklich, wenn ich die Videos im Nachgang gucke, mir fallen viel schneller die Sachen auf, auch auf der Karte, als wenn ich das selber nicht. Ich rede, ich gucke das Bild links an, ich gucke das rechts an. Das ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Oder das Havanen Ortsteil hier. Vangeni, hier waren wir, ne, hier habe ich nämlich schon geguckt, genau. Hier waren wir nicht, aber da habe ich geguckt. Havalala, Vangeni, Esvantini, Havenhouse, Kentrock, Sandala, Malunge, Fontein, Musundla. Klingt aber schon nach der richtigen Ecke. Auch interessant. Lombamba? Ah, genau, das war nicht das Problem. Ich habe hier die ganze Zeit Lombamba gesucht und wir waren in Lombombo oder sowas. das ist irgendwo hier oben. Lombombo oder so bei Simunye. Wo waren das? Hier, Lubombo. Und hier ist nicht Lubombo, sondern hier war Lubamba oder sowas hier unten. Lubamba, ja. Lubombo und Lubamba. Boah, das war richtig fies. Da habe ich mich fast reingeritten. Wer dabei war, war dabei. Enzovini, Hakuvini, Mö, Manzanini, Kavenini. Okay, ich meine, sieht auch nicht nach Stadt hier aus. Wir fahren mal weiter. Ich meine, großartig mehr Informationen werden wir nicht hier schöpfen können. Ja, eine Straße führt nach Süden. Havane, ja. Das ist das Einzige, nicht? Havane. Ich meine, die haben eine Schule, die haben eine Kirche, die haben Verkaufsstände. Das heißt, eigentlich ist alles vorhanden. Die haben auch ein Resort. vielleicht kriegen wir heraus, wie der Park heißt hier. Dann könnte es nämlich passieren, dass wir den auf der Karte sehen. Und deswegen brauche ich eure Unterstützung in Form von Herzen und vor allem Likes. Damit ich es finde, jeder Klick ist wichtig. Und Okay, also die Waldgegend war eigentlich hier oben. Hier war irgendwo so eine Ecke mit künstlichen Wäldern. Havane, Nature Resort. Direkt gefunden. Havane Resort. Okay, ist nicht auf der Karte eingezeichnet. Aber wir haben Havane gefunden. Man Center. Wir fahren gerade nach Süden. Okay, das hier wäre nichts. Das heißt, ja, irgendwo hier auf der Straße müssen wir sein. Oh, das ist ein Hammer. Mann, 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 ich meine ein See sehe ich nicht. Südosten. Osten, Südosten. Das heißt, wir könnten gerade hier so rumfahren und das da sehen. Der könnte dahinter weitergehen, nicht? Ist hier hügelig? Nee, nicht wirklich. Eigentlich ist es relativ flach, aber gut. Da hinten der Hügel könnte das Ding sein. Und das hier, das da. Ah, gut, könnte passen. Ich meine, viel mehr andere Seen haben wir auch in der Ecke nicht. Wir können höchstens noch auf den Fluss gucken. Und die anderen werden alle auf der falschen Ecke. Ich meine, es kann noch ein anderes Havane geben. Das möchte ich nicht ausschließen. Deswegen wäre gut, wenn hier jetzt Havane Nature Resort oder so dran steht. Das wäre wirklich, wirklich wichtig. Gib mir Havane Nature Resort. Und vier starke Markig Bewertungen. Der Counter geht gleich hoch. Hier steht nämlich nur Havane Resort. Sie kommen gerade vom See. Havane Whitney Houston. Kann man nicht lesen. Und die Straße macht jetzt ein also die führt eigentlich ja wirklich südlich. Oh man, er setzt mich hier mal zurück. So komme ich doch nicht voran. Wir wollen Strecke machen. Und die geht dann nach Südosten und danach denke ich macht sie den Knick nach Westen. Sie geht nach Süden, dann geht sie gerade nach Südosten und dann macht sie den Knick nach Westen. Wir fahren noch bis in die Ecke. Hier muss ein Fluss durch fließen. Das sieht aber schon sehr grün aus da. Das heißt, da könnte irgendwo ein Fluss durchaus lang fließen. Das wollen wir verifizieren. Da rechts ist auch schon so ein grüner Streifen. Dann wissen wir, wir sind genau an der Stelle und da müssen wir nur anhand der Kirche vor der wir starten und der Einfahrt herausfinden wie weit nördlich wir sind. Dann haben wir das auch geschafft. Noisyu Bottlestore Gut, der wird eingezeichnet sein, ganz sicher. Ganz sicher wird der eingezeichnet sein. Und wo ist der Fluss? Ich hab den hier erwartet. Shit. Ist nicht da. Ist eine Straße. Und keinem Fluss. Ich mein der könnte auch hier in sowas unterirdisch laufen, aber dann wäre er glaube ich nicht eingezeichnet. Okay, jetzt geht's nach Südwesten. Oder ich hab ihn halt nicht gesehen, weil er wirklich nur so ein Rinsel ist. Und jetzt geht's rum in eine Kurve nach Norden wieder, oder was? Wenn wir ja jetzt hier Neu So Bottlestore Wenn der eingezeichnet wäre, würde ich lachen. Aber es fühlt sich gerade an als ob wir hier sind, nicht? Dann müsste hier der Neu So Bottlestore sein. Jetzt fahren wir ja vom See weg nach Nordwesten. Das wäre das hier gerade Stück. Und dann geht's wieder rum. Habe ich mich um ein paar Kurven verschätzt? Ja, das passt auch wie die Faust aufs Auge. Wir fahren jetzt noch, da müsste Motanie sein. Wenn das hier Motanie ist, dann bin ich auf jeden Fall sicher sicher. Na, fahren sie jetzt gerade aus, weiter. Wir haben nicht ewig Zeit. Also eigentlich schon, aber wir haben nicht ewig Zeit. Nikon Kille hilft mir nicht wirklich weiter. Wo wollte er denn hin? Hm. Pan 53 Madhe Buh Wuh Pan Na. Ah, hier steht auch nichts dran, nicht? Da könnte ein Schild sein. Irgende Hühner Farm. Irgendwas mit the best. Also wahrscheinlich die besten Eier und Hühner. White City Paw Tree Hm. Okay. Okay. Hier steht auch nichts drin, aber hier geht eine Straße nach Südosten. Das wäre die hier. Ja, nicht? Hier gibt es keine Straßen, hier geht die nach Südosten und dann müsste gleich noch eine nach Süden kommen. Da ist sie und dann müsste hier eine kommen. Da ist sie und da vorne ist noch ein grünes Schild. Umso geiler, jetzt können wir es nochmal endlich verifizieren, aber das kennen wir jetzt schon alles. Wir wissen genau, wo wir stehen. Nicht? Wir sind auf Ma1, fahren hier runter, hier kommt die Ma3, Motanie West. Okay, das heißt, wir starten irgendwo nördlich von hier. Und da wir eine Abfahrt haben, würde ich fast sagen hier. Also, zurück zum Start. Wir fahren straight nach Süden. Also, und die Abfahrt geht nach in beide Richtungen, nicht? nach Westen und nach Osten, aber ein bisschen verzweigt. Hm, das könnte hier sein. Dafür ist es eigentlich schon zu südwestlich, nicht wahr? Ganz leicht südwestlich. Hm, hm. Auf dem Schild stand ja nichts drauf, oder? Stand da was? Hat da stand nur mit dem Environment Education Center. Er hat das nicht eingezeichnet. Farm 31 30 und okay, nördlich von uns müsste Forbes sein. Dann machen wir es doch mal andersrum. Wir fahren mal nach Norden und da kommt eine Kurve. Ganz leicht nach Westen gehen wir also. Das reicht mir schon. Also, wir fahren nach Norden und dann geht die Straße aber nach Nordosten rüber. also, wir fahren Süden Norden und dann geht sie so rum. Dann würde ich ja wirklich sagen, dass wir hier stehen, nicht? Wir machen eine kleine Kurve, dann fahren wir nach Norden, leicht nach Nordwesten, da vorne kommt eine Kurve, okay, und da wir haben Motayo National Park, der muss dran stehen. Wenn der hinter der Kurve dran steht, dann stehen wir genau an dem Punkt. Give me a National Park Sign. Hier ist noch eine Abfahrt. Wo führt die hin? Moschini bla 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 Moschini SDA Church. Ja, okay, es reicht mir schon. Das ist die Abfahrt hier vor der Kurve. Und wir stehen ein bisschen nördlich davon. So, Finish. 12,89 Meter. Wupp, 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 wupp. Ja, da hätte ich jetzt schon früher drücken können, Aber sicher, sicher und damit auf in Runde 3. Da können auch mal die Herzen und die Likes fliegen. Dafür, dass wir das souverän gelöst haben, nicht wahr? Und wir starten wieder in einem Fluss. Hübsche Ecke. Okay, ich würde sagen Finnland oder Estland oder je nach Ortsnamen vielleicht sogar hier. Ich glaube, die haben gar nicht so hohe Berge. Da könnten wir dann höchstens hier hinten irgendwo sein vielleicht. Alles andere ist relativ flach, aber ich glaube, so hohe Berge haben die nicht. dann bleibt eigentlich nur Estland und Finnland übrig. So, Südosten oder Nordwesten. Ich entscheide mich immer falsch. Ich würde jetzt in die Richtung gehen, deswegen fahren wir jetzt in die Richtung. Dreck 17. Aber vielleicht entscheide ich mich ja immer falsch, weil ich nicht auf mich selber höre. Oh, okay. mir ist auf einmal so kalt. Schnell weiterfahren. Ich will Sommer zurück oder Herbst. Ach, besser. Das ist immer eine schnelle Abkühlung zwischendurch. Ja nicht, wäre das mit der Musik nicht so ein Problem. Ich habe jetzt schon wieder gehört von Leuten, die haben copyrightfreie Musik in ihren Videos gehabt und dann hat der copyrightfreie Anbieter von einem anderen Anbieter einen Claim bekommen, hat die Musik aus seiner Library entfernt und dadurch ist die Musik bei allen, die das Video hatten, dann auf nehmen sie bitte das Video runtergesprungen. Du kannst eigentlich nichts machen, was Töne betrifft, die du nicht selber erzeugt hast. Das ist so schade. Ich finde auch den ganzen Rechteinhabern, dem muss doch klar sein, dass die Leute das ja nicht verkaufen, sondern eher sie promoten damit. Also wenn ich einen Song oft höre, passiv, dann informiere ich mich darüber, wo ich den herkriege und höre den vielleicht auch und das bringt doch Geld. Wenn ich den Song aber so krass verbiete oder Musik, dass ihn niemand hören darf, dann kann ich doch gar kein Geld mitmachen. Das ist so eine Unlogik, genau wie alte Serien, die Lizenzen nicht zu verwenden, weil, ich meine, was kostet denn eine digitale Lizenz an irgendjemandem zu geben. Nee, keiner kriegt die Lizenz für alte Serien von mir. Ich behalte die lieber, bis niemand mein Geld zahlt. Nimm doch einfach das Geld, was du kriegst. Also in 100 Jahren wird keiner mehr deine Scheiß-Serie gucken und dann ist sie eh lizenzfrei oder so. Ah, Mann, das regt mich immer auf. So eine Sachen. Alles nur noch Geldmacherei heute. Also, die können ja Geld machen, nicht? Aber sie wollen ja manchmal nicht mal Geld machen, weil es günstiger anscheinend ist, kein Geld zu machen heutzutage. Das ist ja noch schlimmer eigentlich. Ich werde auch nur MacGyver gucken. Oder auch andere Serien. Manche alten Serien hat man schon komplett vergessen, weil man sie nie wieder gesehen hat, nicht wahr? Voll schade sowas. Und ich bin jemand, ich vergesse Sachen instant. Wenn ich es ein halbes Jahr nicht mehr oder eine Woche nicht mehr hatte, schon aus dem Kopf raus. Braucht man mich gar nicht mehr dazu befragen. Ähm, Heulandet. Ja, ich würde schon auf Finnland gehen gerade. Oder Heulandet hier. Weiß nicht, ob hier, die haben eine Region Heulandet. Hm, hm. Ich glaube, ich muss noch weiterfahren. Ja, aber ich schade. Was gibt es noch so für alte Serien? Ihr könnt ja mal in Chat schreiben oder in die Kommentare, welche alten Serien ihr so gerne wiedersehen würdet, die es nicht mehr gibt. Und die, die man nicht rankommt, es gibt ja inzwischen so Seiten nicht, äh, Xiaomi Streaming, ähm, Anbieter oder sowas, wo man einfach eingeben kann, wo wird es gestreamt oder so, nicht? Und oft hast du nirgendwo. Dann wird du, dann sagst du, na gut, ich hab zwar keinen DVD-Player, aber dann hol ich es mir vielleicht auf DVD, wird nicht verkauft. Warum denn nicht? Und dann hörst du irgendwann, ja, 500.000 DVDs wurden in den Erdreich verschifft, weil es keiner kaufen wollte. Nein, die Leute wollten es kaufen, die wollten es nur nicht verkaufen. Wie dieses IT-Spiel, was da vergraben wurde auf der einen Müllhalde und wo irgendwie eine Kopie heutzutage tausende wert ist, wenn man eins von den guten Exemplaren ausbuddelt auf dieser Müllheide. Wie viel waren alle Spiele zusammen wert, weil sie so selten waren? 1,5 Millionen Millionen oder so. Spiel zu IT der Außerirdische, nicht? Manchmal kommen auch richtig gute Spiele und Filme raus und man erfährt Jahre später dann erst davon überhaupt, dass es das gab. Dann fragt man sich auch so, also, ich bin ja nun wirklich in der Gaming-Bubble drin und informiere mich echt über fast alle Releases und hab zumindest einen Namen mal gelesen. Wenn ich einen Game-Namen nicht gelesen hab, dann haben die irgendwas komplett falsch gemacht oder waren in so einer kleinen speziellen Bubble unterwegs, dass sie da nicht rausgekommen sind. Das ist dann aber auch immer sehr erschreckend, nicht? Zum Beispiel hab ich hier dieses Spiel Bully hat mir jemand gezeigt von Rockstar kannte ich gar nicht. Sah super interessant aus, würde ich heute vielleicht nicht mehr spielen unbedingt, weil ich hab gar keinen Bezug zu dem Spiel, aber es sah halt gut gemacht aus und ich glaube für die damalige Zeit wäre das ein Top Game gewesen, aber vielleicht kam es nur auf Playstation raus und das kennen halt nur die Playstation User oder es kam nur auf Xbox raus nicht, dann kennt man das vielleicht gar nicht und das ist immer schade, dass die so was nicht mit nehmen ich meine jetzt kommt Red Dead Redemption 1 für PC raus jetzt eins nicht ich meine nach GTA 6 kommt vielleicht ein dritter Teil wenn man so möchte und die sind noch beim ersten Teil beim Portieren also das nenne ich dann maximale Kundenausbeutung das ist auch wieder nicht gut nicht wahr ich hätte Red Dead Redemption 1 gerne damals gespielt wäre es zum Release auch auf dem PC rausgekommen so werde ich eins nicht spielen werde ich zwei nicht spielen aber sie machen ja genug Geld aber ich komme mir doch nicht extra eine Playstation nur um ein Spiel zu spielen also aus dem Alter bin ich auf jeden Fall raus vor allem finde ich die auch so maximal unpraktisch dann steht die irgendwo rum und ich habe schon den Rechner der rum steht nicht da muss man sich auch mal entscheiden und ich habe mich irgendwann für PC entschieden früher war ich wirklich Playstation 1 Fan dann irgendwann Xbox Fan und dann irgendwann nur noch PC spätestens wenn man gleichzeitig arbeiten muss nicht dann ist eine Konsole immer eher eher hinderlich eine Konsole ist wirklich wenn man Ruhe hat Zeit hat sich auf die Couch zu fletzen dann würde ich sagen ist eine Konsole was cool ist aber wenn man so eh kaum im Wohnzimmer ist weil man immer irgendwas machen muss dann lohnt die sich wenig nicht ich weiß man kann die auch am Rechner anschließen und als Rechner nebenbei laufen lassen und deine Capture Card wie zu aufwendig alles und auch die ganzen Zubehöre die ganzen Controller was das alles kostet heutzutage und die gehen ja auch ganz schnell mal kaputt habe ich gehört die neuen sollen wir besser halten aber die Vormodelle waren wir recht anfällig ich bin recht anfällig für diese Strecke wir sind wieder irgendwo im nirgendwo gelandet dachte wir hatten vielleicht eine bessere Ecke oder ich habe mich falsch entschieden und ihr habt mich nicht aufgehalten chat ja wollen wir umdrehen was sagt ihr noch drei kurven und dann drehen wir um ist das ein deal wahrscheinlich sieht es aber in einer anderen richtung auch so aus da kommt Wald da kommt sehr viel Wald ich dachte Süden ist halt insofern sinnvoller die 776 oder Kilometer 77,6 ähm weil wir ja im Finnland eher im Süden die Städte haben aber ich glaube wir sind wenn irgendwo ganz ganz weit im Nirgendwo jetzt bin ich von Musik über alte Serien zu Games zu Pipapo gekommen nicht wahr manchmal ist es komisch was so die Wege machen aber Städt ist heute sehr sehr ruhig aber war schon die letzten zweimal bei Geotastic sehr sehr schade gestern war viel los bei 7 days to die das hat mich sehr sehr gefreut was mich aber auf jeden Fall freut sind die 5 mag ich Bewertung die sind immer gern gesehen vielen vielen Dank was nicht gern gesehen ist ist wirklich diese Strecke hier also sie sieht hübsch aus nicht wahr auch im Schnee und so ja obwohl hier auch viele Totholzer sind können mir Witcher hier ganz gut vorstellen wie wir hier rum reiten mit Plötze oder sowas aber ja glaub nicht dass hier viel kommen wird ne Abkreuzung nicht müsste ja kommen wo dann wirklich dran steht die A irgendwas die B irgendwas aber hier kommt glaub ich nix und ich hab im Chat gefragt wer kennt dann alles Geotastic und nur 89% sagen kenn ich nicht das heißt ganze 11% sagen sogar kenn ich und wir haben schon ganze neun Stimmen bedeutet eine kennt es nur oder zwei wahrscheinlich einer nicht ja einer ist ist ein ganz spannendes spiel vor allem wenn man so viel zwischendurch reisen möchte man kann ja auch einzelrunden machen man kann sich das ja auch einstellen wie man will man kann sich ja auch ein zeitlimit setzen und so gut wie möglich nur rankommen nicht also das machen ja die meisten machen ja ultra instinct pinpointing die haben irgendwie eine halbe millisekunde drücken irgendwo bei mir dauert schon eine halbe millisekunde bis das aufgeht da haben die schon längst gesagt wo sie sind und sowas das ist ja schon dann fast ein Sport ich wäre ein bisschen entspannen dabei und ein bisschen was sehen aber hier ist halt langweilig hier sind halt nur Bäume so ein bisschen wie beim Radfahren wenn man die ganze Zeit nur gerade fährt und da kommt halt nie was dann ist es super anstrengend diese Strecke zu fahren wenn man aber was zu gucken hat nicht oh da eine Kirche hier mal weiß ich nicht einen hübschen Garten dann kommt wieder mal ein bisschen Natur ein schöner See dann dies dann das da hat man immer so Abwechslung dann geht es wunderbar vonstatten dass man 10-20 Kilometer ballert und sagt boah das waren 10 Kilometer nicht mitbekommen aber wenn man sowas hier hat da ist nach einem Kilometer so boah ich kann nicht mehr und dann der nächste Kilometer und dann boah das ist echt hart vielleicht machen wir auch wieder noch eine Radtour dieses Jahr ich habe gesehen eventuell wird es nicht so kalt am Sonntag wichtig wäre dass es nicht regnet dann könnten wir auch noch mal selber unterwegs sein und nächsten Sonntag vielleicht sogar noch 17 Grad aber dem Wetterbericht ist ja keine zwei Tage im Vorfeld zu trauen heutzutage gerade mit den ganzen mit den ganzen Hurricanes die aktuell hier stürmen wir sind in der Zeit wo drei Stück unterwegs waren da ist das Wetter natürlich komplett durcheinander gewirbelt und wer weiß ja wie es wirklich wird also Wetterbericht weiß es auf jeden Fall nicht nicht warm okay wir fahren wieder und deswegen brauchen wir was zu trinken Brösterchen ich glaube in die Richtung wird auch nicht viel kommen aber wir müssen ja was finden oh man wir sind schon bei einer Stunde in der Aufnahme jetzt ist so lohnt sich ne Trennung ich weiß ist es nicht ich würde sagen nicht wir machen jetzt eine Aufnahme Session fertig und und Teeke bin nur kurz hier um ein like da zu lassen super wichtig vielen vielen Dank schön dass du da bist heiße und und starten und starten geotastic rein am freitag wenn wenn man live dabei sein will meistens 18 30 manchmal 19 uhr manchmal auch schon früher okay ein Tunnel ist nicht schlecht um die Straße dann zu identifizieren Kamera Qualität ist auch von 2000 sehr gut dann wissen wir wegen sind unsere Straße ist da wo ein Tunnel war Streukoffer statt Vossen ich hätte nicht gedacht dass wir so lange im Finnland brauchen aber ich glaube wir sind wirklich auf irgendeiner Straße zwischen nirgendwo und nirgendwo bis morgen oder wann streamst du 7 days to die oh glaube erst nächste Woche irgendwann wieder da ist noch ein bisschen hin 7 days to die ich wahrscheinlich immer weniger werden jetzt wir sind ja relativ am ende da müssen wir mal gucken nächste woche kommt planet coaster 2 raus zum beispiel das wird auch ich hoffe es wird gut ich habe eine Umfrage gemacht in der community da wurde gut drauf reagiert das ist auch so ausgewogen 50 prozent sagen ja 50 nein viele unentschieden ich bin echt gespannt was bei dem game bei rum kommt dann von euch war keiner im finland urlaub oder und weiß wo das hier ist das wäre ziemlich hilfreich oh ein see den see der liegt nördlich von uns aber wir sehen da kommt nix nicht also wir fahren bis da hinten da wird nix kommen hier kommt nicht einmal eine straße von rechts rein wo soll die her kommen naja gut durch einen tunnel vielleicht aber halte ich für sehr unwahrscheinlich problem ist finnland hat eine sache das land der seen nicht war das heißt ein see nördlich einer straße die west ost verläuft ist so ziemlich überall das kann hier sein das kann hier sein das kann hier sein das kann ihr sein wenn die straße ist relativ gut könnten also ja hier sowas sein jetzt könnte man natürlich gucken welche straße hat ähm hatten dings wir können auch nach dem bezirk suchen was alles sehr anstrengend und hallo jan willkommen willkommen oh okay eisschollen gefroren auch berge nicht in anderen ländern wie mexiko kann man vielleicht anhand der berge so ein bisschen die ecke eingrenzen weil mal gibt das flache mal einzelne berge aber in finnland hast du halt einfach berge wald und see berge wald und see berge wald und see und deswegen heiße ich dich willkommen prost weißt du schon ungefähr wo wir sind ja wir sind in finnland würde ich anhand der straßen sagen wir könnten noch in 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 aarland sein wenn wir die schwedische namen hätten aber ich glaube aarland hat nicht solche berge und da wären wir schon längst hier einmal über das halbe ding gefahren wir könnten noch in estland sein aber auch estland hat nicht solche berge deswegen bleibt eigentlich nur finnland übrig erstmal island hätte gelbe randmarkierungen die haben wir hier nicht tja und wir fahren jetzt an einem riesigen see vorbei und sind hier schon 20 minuten unterwegs wir hatten echt harte anfangs runden aber schön dass du da bist ja nee seven days to die ich muss mal gucken vielleicht machen wir noch den gyrokopter aber dann ist halt ich meine was wollen wir noch machen nicht die horde nicht überleben den gyrokopter dann haben ich meine wozu brauche ich den loot noch nicht klar tag 300 durchstehen vielleicht die videos werden halt auch nicht mehr so stark geguckt dass ich sage das lohnt sich nicht aber auch die live streams werden nur bedingt stark geguckt dass ich sagen würde naja kommt halt immer auf eure Aktion Reaktion an je stärker die sind desto mehr davon kriegt ihr und ich würde sagen nach seven days to die brauche ich auch mal wieder ein bisschen Aufbauspiel oder so und Planet Coaster würde sich anbieten und wenn Planet Coaster nichts wird wovon ich mal ausgehe dann gibt es ja noch andere Möglichkeiten wie Worker and Resources da kam heute ein großes Update raus ich weiß nicht was drin ist aber ein MB war schon ziemlich viel für sie und schon sechs starke mag ich Bewertung warum heute wieder Geotastic weil heute Zock 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 Ende ist und Freitag ist immer Geotastic Day schon seit eineinhalb Jahren oder so war noch nie anders nur eine Ausnahme hatte ich immer wenn Game Release auf Freitag fällt oder auf Donnerstag Nacht sodass ich Freitag erspielen kann dann wird auch mal das Spiel gespielt ansonsten ist hier Freitag immer Geotastic Day ja aber puh 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 also ich sag mal so wären wir nicht schon jetzt eine Stunde sieben Minuten in der Aufnahme oh oh das ist gut ein Zug ne einfach einfach eine Schranke ähm Finnland okay warum macht die einfach eine Schranke im nirgendwo hin okay aber dann ist es doch die 776 das ist jetzt ein wichtiger hinweis so jetzt müssen wir die 776 finden erstmal hier warte mal wie waren das 100 200 300 400 500 600 700 hier weil vorhin dachte ich vielleicht das ist 77,6 weil das Schild war ein bisschen ausgeblichen 800 ein Stück südlicher die haben halt von unten nach oben durchnummeriert das ist ziemlich gut 700 800 800 wir brauchen 700 800 500 okay irgendwo hier zwischen hier und da muss die 700 liegen wahrscheinlich denn hier in die ecke 700 775 da können wir eigentlich und wir brauchen eine Ost-West 751 776 77 800 7786 775 757 748 boah wirklich jetzt kommt jede Zahl außer die die wir brauchen 751 751 vielleicht am Ende von der ne hm das ist wieder frech 794 hier ist schon wieder 8 man hast du so ein Pult oder sowas ähnliches nur ich hab so ein ähm oh wie heißt das Ding äh ja so ein dass man hier dieses dicke Kabel halt in den Rechner kriegt nicht Mischpult ich weiß gar nicht mehr wie das Ding heißt mhm genau und das hat halt so ein Effekt drauf und das war's okay hier ist 500 900 hier ist 900 also wir können nur hier irgendwo sein es könnte sein dass unsere Straße doppelt belegt ist vielleicht mit der E12 oder mit der 18 oder sowas wir zoomen mal ran ne ok hat nur eine Nummer streamst du mit OBS oder geh das auf YouTube direkt über die Webseite ich mach alles OBS weil du alles einstellen kannst viel viel besser ähm auch wenn ich unterwegs bin mit dem Handy oder mit dem Fahrrad alles geht über OBS das ist einfach das Schweizer Taschenmesser des Streamings und es hat so verbreitet inzwischen dass es auch gute Plugins dafür gibt wie finden wir die 776 hier ist 6 hier ist 5 hier ist 7 aber wo ist die 70 hier ist die 86 vielleicht müssen wir zur 70 hier irgendwo hier sind die 5er das kann es also nicht sein und wenn ich hochgehe kommen wir direkt zu den 800ern wahrscheinlich ist unsere 776 die einzige Straße die ganz woanders ist oder ich sehe sie nicht oder es gibt die 776 nicht und das bedeutet was anderes inzwischen ich komme mit OBS nicht so klar deshalb benutze ich Streamlabs habe ich ganz am Anfang auch gemacht bei Streamlabs muss man ein bisschen vorsichtig sein ist jetzt ein Dienst der relativ viel Daten abkrabbelt nicht wahr und der ist nur so lange gut bis du wirklich mal was besonderes nutzen möchtest weil dann musst du dafür Geld zahlen und warum sollte ich für das Geld zahlen was ich mit 3 Klicks und der Erklärung von Nilsson einfach selber machen kann in 5 Minuten da würde ich keinem das Geld in den Rachen werfen man ist auf jeden Fall wesentlich flexibler und es ist auch nicht wirklich komplizierter es sieht vielleicht so aus im ersten Moment aber wenn man nur 5 Minuten investiert dann klappt das eigentlich schon habt ihr die 776 schon gesehen also 775 ist das beste was ich bisher hatte und 774 ist die E8 vielleicht die 776 ne ist die 8 wie gefällt dir GTA Vice City Definitive Edition äh grafisch oder so ähm ja auf jeden Fall man hat das wiederkannt wie es früher aussah man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen dass das andere noch älter aussieht nicht wahr ich find gegenüber Mafia ähm ist es halt sehr stark aber im Original geblieben das fand ich gut 774 komm die muss doch hier irgendwo von abgehen in der Ecke bist du die 776 ne so also hier ist 774 da ist 775 würde ich 776 doch hier erwarten was gibt da keine die so läuft wie unsere Straße hier ist ein Fluss ok wartet mal wir wissen wir sind in der Ecke unsere Straße verläuft so wir sind am Wasser und an einem Fluss hmm starten live code eingeben taste drücken und schon ist man live ja bist du bei OBS auch aber das bedeutet ja nicht wirklich streamen nicht das ist einfach nur übertragen da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu sachen einzurichten klar streamlabs übernimmt vieles für dich im default aber dann siehst du halt aus wie jeder andere auch nicht also du hast dann wenig eigenes da mit drin und das fällt zumindest langjährigen zuschauern dann auch auf die schon auf tödsch unterwegs sind und die kennen dann auch schon ach das hast du von der seite ach das hast du daher ach das ist das hm ich wüsste halt nicht wie ich besser eingrenzen kann wo die 776 ist wenn ich sie hier nicht sehe ah das ist doch kacka kacka ich sehe halt auch keinen fluss oder so richtig ich meine vielleicht sind wir wirklich nochmal an einer anderen Stelle aber hier ist halt auch so viel Wasser dass man nicht sagen kann ah der Fluss ist auch nur die 68 711 750 wir starten hier direkt neben fetten dicken fluss in Richtung west ost die einzige die ich sehe die in die ähnliche Richtung geht ist die 786 die passt eigentlich genau was ich bei uns erwarten würde wir starten am fluss dann kommen wir an den see und dann fahren wir weiter so hier ist noch am fluss und da ist die 821 aber die e75 ist die 4 meistens bedeutet das dass man an der falschen stelle ist wenn man so lange die nicht sieht die straße ich meine hier geht es zur 7 9 hoch 8 13 also entweder haben die ein absolut bescheuertes system dass es jetzt hier auch eine 7 zwischen geben kann dann bin ich eh aufgeschmissen ich meine es kann doch nicht sein 774 775 und dann hört es auf oh was auch möglich ist dass die straße hier so eine ganz kleine 776 nur drauf hat oh das beste ist immer noch dass man sich im auto umschauen kann ja das sind auf jeden fall so ein paar coole sachen nicht die man auch bei mafia eingebaut hat wobei mafia 1 definitive edition natürlich nochmal ein bisschen ein krasseres remake war nicht ich hab so eine straße hier habe ich eigentlich im verdacht nicht okay hilft nichts ich sehe es nicht okay setze mich komplett zurück vielen dank wow also manchmal ist google auf jeden fall sehr anstrengend so der see ist da hinten der ist aber auch nicht so groß nicht das ist so ein mittlerer see aber der fluss sieht schon aus als ob man ihn erkennen müsste wir fahren seit bestimmt 30 kilometern an ihm entlang so ein Stadtname wäre jetzt hilfreich damit ich die höhe einschätzen kann das unnütze ist das Waffenrad ich muss sowieso sagen so ein Radialmenü finde ich immer also wenn man es für eine Sache hat wie du gesagt hast beim Radio auswähmen bei GTA Vice City oder so dann finde ich es vielleicht gerade noch okay aber oft ist es einfach du hast 4-5 Radmenüs kontextabhängig das muss man noch sehen auf der Karte und das könnte sowas hier sein nicht obwohl nicht ganz und das ist dann auch zu viel oder so unter Submenüs Radial finde ich auch immer ganz schlimm das macht in den wenigsten Spielen wirklich Sinn vor allem wenn es dann schnell gehen muss finde ich so ein Radialmenü immer unpraktisch du musst erstmal öffnen dann suchen was du willst da hingehen loslassen dann wechselt der erst das dauert viel zu lange und gerade in so einer Situation wo man die Waffe wechseln muss das kolle ich lieber einfach durch dann habe ich im Notfall eine andere falsche Waffe aber immer noch besser als gar keine zu haben zum Beispiel bei GTA aber es hat Geschmackssache nicht und auch glaube ich Gewöhnungssache aber das hatten wir ja heute bei dir nicht alle alten Sachen sind unbedingt schlecht die mal erfunden wurden nicht manche sind überholt definitiv Steuerung zum Beispiel dass man sich nicht umgucken konnte früher aber andere Sachen waren vielleicht auch einfach einfacher und besser und heutzutage viel zu kompliziert gestaltet obwohl es gar nicht notwendig ist nicht also da hätte man die Zeit das Waffenrad weglassen und die Zeit in was anderes stecken sollen vielleicht hätte man da noch was rausgeholt Mausrad ist viel praktischer sage ich auch immer sowas aber nicht da ist man oft auf verlorenen Posten alleine und ich merke es ja selber ich arbeite ja auch im Design und du hast ganz oft mit Menschen zu tun die sind Designer studierte Designer aber die wissen nicht was Menschen die nicht sie sind wahrnehmen nicht also das ist ganz ganz schlimm also da wird was designt ohne die Kunden Gruppe zu betrachten und das ist oft ein Problem es sieht dann zwar super aus sehr sehr gut aus aber zum Beispiel wie bei Frostpunk 2 die Oberfläche sieht kracher aus ist aber nicht zu bedienen und übersetzungstechnisch rutschen ständig Texte raus und da hat man Overflow und dadurch sieht es dann einfach nur schlecht aus Fossenes und das muss ja nicht sein aber das kommt oft daher dass man seine Kunden Gruppe entweder A nicht kennt oder es halt einfach egal ist nicht weil man einfach einen Job hat den man erledigt und wenn gesagt wird macht das so dann macht man es so was ist denn Fossenes sehen wir hier ein Fossenes auch nicht wirklich oder Na rei hm ich meine die hatten keine europäischen Kennzeichen sind die im Schengen Abkommen drin ja oder hat man die Tastatur eigentlich gehört heute ist mir zumindest nicht aufgefallen das ist eine Sache die bei mir oft stört ich habe versucht das Mikrofon so oft einzurichten aber manche Sachen hört man halt einfach egal wie sehr man Noise Canceling oder so an macht während das Sprechen ist das Mikrofon und die das hat auf die Niere und nimmt halt dir alle Charakteristiken mit auch wenn man ein Noise Gate an hat kann man das halt schlecht verhindern gibt es Rauschfilter aber die filtern natürlich auch die Töne deiner Stimme einfach weg weil die hart einfach das Geräusch rausfiltern auf der Frequenz Basis und dann fehlt deiner Stimme einige Frequenz auch immer ungünstig also Ton ist ein Feld da kannst du Wochen reinstecken bis du ein halbwegs vernünftiges Ergebnis hast und du wirst nie zufrieden sein es geht immer mehr also aber ich sag mal so in 10 20 Jahren wird das für alles KI basierte Systeme geben die wirklich gut funktionieren nicht so die heutigen die alle so ein bisschen auf verlorenen Posten kämpfen die haben sehr beschränkte Möglichkeiten also mit Intelligenz haben die KI Modelle die heutzutage sind wenig zu tun es sind angelernte Algorithmen die genau eine Sache machen können aber sobald sie eine zweite machen sind ist da keine Intelligenz mehr hinter das ist einfach nur verbesserte Software okay das hilft doch wir haben eine Karte gefunden mitten im nirgendwo in Finnland jawoll okay und wir wissen ja ungefähr die Ecke wo wir sind so und wir sehen die Straße wie sie aussehen soll sie geht also so nach oben unsere Straße aber eher auf der Höhe na das hier ne und die da ist im Fluss oder im See drin was haben wir denn so ein See so ein Sichelsee die Frage ist halt in welcher Zoomstufe ist das nicht das könnte so eine Zoomstufe sein da hätten wir so eine Art aber der ist gedrehter Sichelsee es könnte der hier könnte es sein da geht eine Straße rüber und die hier macht zwei Huckel aber die anderen Seen wären nicht da das ist echt painy weiny eigentlich ist es relativ cool Mustererkennung zu machen die Frage ist wie groß ist die Straße wahrscheinlich nicht eine von denen die ich hier halt sehe das heißt eine von diesen kleinen und die sind durch alles mögliche schlecht überdeckt so ein paar sehen unter uns die haben wir schon entdeckt also sind wir rumgefahren aber die haben wir hier noch nicht entdeckt das könnte das hier sein passt auch nicht ganz das ist hart heute hm 751 750 ich gucke jetzt einfach mal wo uns das hinführt 750 ist der anfang wir gehen zu 751 wir gehen zu 775 wir folgen der dann geht sie weg dann gehen wir die 7730 lang bringt uns zu 774 die bringt uns zur 760 die kreuzt aber auch nichts kommen wir hier 775 kommt hier unten auch an ok interessant vielleicht doch eine ganz andere ecke 77 wir folgen mal der 77 die verschwindet hier aber da ist die 711 schiff und die herzen fliegen wichtig und richtig sie und hier 637 ok gehen wir nochmal rüber oh man bennett herrmann sagt das ist norwegen ok norwegen wüssten wir aber dann noch nicht das heißt wir müssen weiter fahren um das herauszufinden das heißt weiter nach Norden fahren aber macht schon Sinn wenn man lange eine Straße nicht findet dann ist man im falschen land damit würde ich einher gehen andererseits haben wir noch nicht heulandet ist das einzige was wir gefunden haben bisher das habe ich schon mal vorhin gesehen heulandet und das o deutet auch auf die ecke hin da hast schon recht und vielleicht was auch wichtig ist Finnland hat gar nicht so eine berge aber die Straße hier die ist doch typisch finnisch mit den okay wir waren selten in norwegen nicht in dem spiel hmm weil nicht heißt see auf norweg so was ist hilfreich nicht da bin ich immer raus aber willkommen im chat okay also sprachlich ist immer wichtig sowas einzugrenzen dann können wir mal gucken ob wir die 776 finden Langstreifen sind immer Norwegen würde ich nicht schreiben also ich bin da anders gebrieft zumindest im kopf meine erinnerung war immer dünne kleine streifen am rand ist eher aarland oder finnland aber gut ich war auch wie gesagt wir waren so selten im norwegen dass dass das land gar nicht auf dem schirm habe ich hätte nicht mal gewusst dass es in geotastic ist muss ich gestehen gleich waren wir einmal vor zwei drei jahren oder so mal da war in letzter zeit nicht dass ich mich erinnern könnte dass ich im letzten jahr in dem spiel geotastic war deswegen ist es so komplett aus dem Kopf raus so aber die brauchen jetzt ja auch hier ist 810 hier ist 700 ok hier könnten wir natürlich mit dem sehen arbeiten hier haben nicht ganz so viele vielleicht ok wo war die karte wir gehen gucken karte war die karte ne die war hier vor der kurve nicht ich glaube die karte ist das beste was ich finden werde ok wie hast du diesen bitte eingestellt was denn was genau eingestellt ok sehen 7 8 8 0 1 7 ok wir können ja nur im festland sein nicht und da wo hier 7 6 und eine die davon abgeht könnte die 7 7 6 sein so ein ein see der dazu passt hier haben die aber auch viele sehen ein see der aussieht wie eine sichel über 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 die Straße auch noch führt aber ist ein guter Hinweis mal nicht nur im Finnland zu gucken nicht wenn ich ewig die 7 7 6 nicht finde dann ist das hier 7 7 4 das ist auf jeden Fall ein erfrischender Gedanke 7 5 5 7 6 6 7 4 7 7 5 7 7 6 da haben wir es so jetzt krass hätte ich nicht gesehen wo ist dieser See doch hier auf so einer vorgelagerten Dings sind wir aber wo soll das auf dem Bild so aussehen wie hier das passt ja gar nicht ins Bild hätte ich eher die Seite erwartet 773 nicht dass die hier oben weiter geht oder so aber ne ok ist das die 7 7 6 aber wie kann die mit dem Bild denn ist das Bild nicht richtig gedreht kann das sein so wir starten neben dem Fluss wir kommen zum See wir kommen zum See wir sind vorhin über den See gefahren das passt auch da sind wir nach Süden aber gefahren das heißt wir wären eher hier hier ist auch ein Fluss das könnte der kleine See gewesen sein dann wären wir jetzt hier das heißt wir müssten jetzt aber nach Salzburg kommen wie ist der See ok weiß ich auch nicht mehr oh man ok aber Norwegen auf jeden Fall guter Tipp holt uns gerade aus der Krise aber auch nur bedingt nicht ultra genau wollen wir das ja herausfinden ist halt echt blöd wenn man so nur Wald hat das ist ich brauche immer ein Straßenschild oder eine Flagge so was kann ich arbeiten aber so was wie das Google Auto ist vorne immer blau das ist für mich kein Hinweis den lasse ich auch nicht gelten ok wir kommen wirklich nach Salz Brugget das heißt wir sind wirklich hier und das ist der andere See oh man ich meine den Bot achso wie hast du den Bot eingestellt das ist der Botrix Bot der kann eigentlich mit einem Plattform umgehen und da können wir nicht weiterfahren ok gut jetzt die Aufgabe zu finden wo das ist ja das ist der See ist nördlich von Fluss ist nee der ist südwestlich von uns ok der ist südwestlich von uns das könnte also hier sein aber die Straße ist recht gerade und die Straße verläuft nordwest südost so hier hinten können wir nicht sein weil wir da vorne waren wir sind relativ viel gefahren und sind direkt neben dem Fluss es gibt so gar nicht nicht die Stelle hier vielleicht oder der ist hier nicht richtig eingezeichnet hm macht mich ein bisschen unglücklich also hier vorne geht die Straße denn in ne nördliche Richtung über oder noch nordwestlicher also nordwesten und dann dreht sie sich aber mehr nach Norden also sind wir eher so und machen so einen Bogen es könnte schon der hier sein da ist die Straße die abgeht aber wir haben nur eine Ausbeulung wir haben keine Straße die abgeben würde aber die müsste auch im Norden sein ich fahre gerade nach Norden ok vielleicht müssen wir uns an der orientieren das wird ein scheimkleister werden wenn die geht eine ganze Weile nach Nordwesten und das hier sind nur 50 Meter also ich hätte erwartet dass eigentlich müssten wir wirklich hier sein aber dann wären wir jetzt eben sind wir dann sind wir vorhin in den Fluss in den See gefahren der so komisch aussah dann habe ich hier gedreht und dann sind wir eben über den anderen gefahren oder und da ist der Tunnel ok wir sind auf jeden Fall hinter dem Tunnel das wissen wir das passt auch besser hier oh man wir fahren gerade nach Norden und dann Nordwesten und dann ging es weiter nach Norden dann würde ich sagen sind wir hier vielleicht und dann müsste bei uns hier im Süden der Fluss reinkommen oh man und hier geht es von Südosten nach Osten also er geht nach Südosten und dann macht er eher so dann könnten wir hier sein dem Stück ganz ehrlich ich ich wüsste nicht woran ich es noch festmachen können soll anhand des Berges vielleicht der ganz hohe Hügel ist im Süden ja wow das Problem ist das kann alles gleich hoch sein und das sieht von uns aus nur komisch aus der Hur könnte direkt im Osten sein das würde passen finish 6000 punkte war die stelle manchmal muss man auch einfach drücken ooooh der tipp mit norwegen war auf jeden fall gold wert ohne den hätte ich es nicht gefunden da hätten wir noch weiter fahren müssen oh ne vorhin bin ich umgedreht 5 meter bevor ich an der 17 gewesen bin heulandet da ist auch heulandet ooooh view results 17.999 nur 23 minuten in grönland das war ne scheiß runde es war tini war ne kack runde und norway war ne heftige runde 52 minuten ganze 96 minuten eine der schlechtesten runden seit langer zeit auch mit blöden startpunkten kriegt von mir nur drei herzen wir sehen uns in nächsten folge wieder